Alles innerhalb unserer sogenannten Schöpfung ist Energie, die auf unterschiedlichen Frequenzen schwingt. Je langsamer sie schwingt, desto dichter scheint sie zu sein, wie beispielsweise eine Wand, je schneller sie schwingt, desto mehr scheint sie an Dichte und Festigkeit zu verlieren, bis sie so schnell vibriert, dass sie den Frequenzbereich verlässt, den unsere fünf Sinne wahrnehmen können. Was wir Materie nennen, ist langsam schwingende Energie. Einsteins berühmte Formel E ist gleich mc² aus dem Jahr 1905 besagt, dass Masse, Materie eine sehr konzentrierte Form von Energie ist, und konzentriert ist sicherlich das richtige Wort. Würde man die Energie, die in einem Kilogramm Zucker oder Wasser enthalten ist, umwandeln, könnte man damit ein Auto etwa 100.000 Jahre lang nonstop fahren lassen. Andere Dimensionen oder Realitäten, die einige als Geisterwelten bezeichnen, sind einfach nur Welten, die so schnell schwingen, dass wir sie nicht mehr sehen können. Unsere Realität besteht aus unendlich vielen Frequenzen und Dimensionen, die sich alle denselben Raum teilen. Sie sind wie Radio- und Fernsehsender, deren Übertragungen sie empfangen. Diese sind um und in ihrem Körper, doch stören sie weder sie noch einander, weil sie alle auf verschiedenen Frequenzen übertragen werden. Nur wenn diese Frequenzen sehr dicht beieinander liegen, kommt es zu Überlagerungen. Geister sind unserem Frequenzwand so nahe, dass sie wie bei einer Bildüberlagerung durchscheinen. Stellt man im Radio die genaue Frequenz eines Radiosenders ein, wird man diesen störungsfrei, sauber und klar empfangen, doch wenn man die Frequenz nicht ganz trifft, kann der Ton von einem oder mehreren anderen Sendern überlagert werden. Eine Geistererscheinung basiert auf demselben Prinzip, nur dass es hier zu einer Art visueller Überlagerung kommt. Viele verstorbene Menschen bleiben mit ihrem Gewahrsein so sehr am »physischen« kleben, dass sie ganz in der Nähe unseres Frequenzbands verweilen. Geister oder Gespenster wirken meist deshalb nicht fest, weil sich der Beobachter nicht im selben Frequenzbereich befindet, genau wie ein Radiosender nicht kristallklar empfangen werden kann, wenn sich die Frequenzen überschneiden. Begabte Hellseher und Medien vergrößern den Frequenzbereich ihres Empfänger-Sendersystems und stellen sich so auf Schwingungen ein, die wir nicht sehen können. Nikola Tesla sagte einmal, Zitat, »Wenn du die Geheimnisse des Universums finden möchtest, dann denke in den Begriffen Energie, Frequenz und Schwingung«, Zitat Ende. Die meisten Menschen glauben, sie leben in einer realen Welt, die fest ist, doch sie ist nicht fest. Sie existiert auch nicht außerhalb von uns. Alles was wir da draußen sehen, Sterne, Landschaften, Gebäude, Menschen, sie alle existieren in Wahrheit nur in unserem Kopf. Es ist eine Illusion. Unsere fünf Sinne wandeln schwingende Energie in elektrische Signale um, die dann im Gehirn eine 3D-Welt zusammensetzt. Gut erklärt, wird das in dem Film »Matrix«, in einem Gespräch zwischen Neo und Mopperheus. Neo fragt, ob die »materielle Welt«, die er zu erfahren glaubt, tatsächlich »nicht real« sei. Morpheus antwortet, »Was ist die Wirklichkeit? Wie definiert man das »Realität?« Wenn du darunter verstehst, was du fühlst, was du riechen, schmecken oder sehen kannst, ist die Wirklichkeit nichts weiter als elektrische Signale, interpretiert von deinem Verstand. Genau so ist es. Unsere Augen setzen schwingende Informationen mittels Zapfenzellen in elektrische Signale um, die das Gehirn dann in Farben umwandelt. Genauso wenig gibt es »da draußen« auch keine Geräusche. Wir hören nur etwas, weil schwingende Informationen in den Ohren in elektrische Signale umgewandelt werden, die das Gehirn wiederum in Laute umwandelt. Die Welt ist alles andere als fest, sie ist nur die Illusion von Festigkeit. In einem seiner Bücher zitiert Carlos Castaneda seine schamanistische Quelle »Don Juan«, Zitat. Wir sind Betrachter. Wir sind Bewusstsein. Wir sind keine Objekte. Wir sind nicht fest. Wir sind grenzenlos. Das vergessen wir, oder vielmehr unser Verstand, und dadurch verfängt sich unser gesamtes Selbst in einem Teufelskreis, aus dem kaum einer zu Lebzeiten auszubrechen vermag. Die Quantenphysik befasst sich mit der subatomaren Ebene der Wirklichkeit, oder vielmehr untersucht sie die Wellenformen und Teilchen der Energie jenseits der physischen Realität, die aus Atomen und Materie besteht. Auf dieser Ebene haben die Gesetze der herkömmlichen Physik keine Gültigkeit, und es zeigt sich, dass die Fortstellung von einer festen, physischen Welt nicht haltbar ist. Laut Wissenschaft setzt sich die physische Welt aus Atomen. Der Begriff Atom stammt von einem alten Griechen namens Demokrit, der als erster behauptet hat, Materie bestehe aus winzigen Teilchen. Diese Teilchen nannte er Atome. Doch Moment mal. Wenn Atome tatsächlich die Bausteine unserer festen Welt sind, wie ist dann zu erklären, dass gerade Atome das Instabilste sind, was man sich vorstellen kann? Tatsächlich nämlich sind sie überhaupt nicht fest. Wie kann die Wand, die vor einem steht, aus etwas bestehen, das nicht fest ist? Durch die Quantenphysik musste die Wissenschaft einräumen, dass Atome nicht fest sind. Man weiß nun, dass Atome sich aus noch kleineren Teilchen zusammensetzen, nämlich aus einem Kern, der aus Protonen und Neutronen besteht, der von Elektronen umkreist wird. Die Atome, aus denen die physische Welt besteht, sind großenteils leer. Jemand drückte es folgendermaßen aus, hätte ein Atom die Größe einer Kathedrale, so wäre der Kern etwa so groß wie ein Geldstück. Der übrige Teil erscheint den Fünf-Sinnen leer, weil er aus Energie besteht, deren Wellenlängen jenseits der physischen Wahrnehmung liegen. Wenn man tiefer in das Subatomer-Reich vordringt, dann sind auch diese Teilchen leer. Vergrößert man etwas, ganz egal was, stark genug und geht über die atomare Ebene hinaus, dann stellt man fest, dass nichts fest ist. Nein, nicht einmal Gebäude, Autos, Berge, oder die Knochen ihres Körpers. Sollte es ihnen schwerfallen, das zu akzeptieren, dann nehmen sie ihre Träume. Obwohl diese als dreidimensionalen Bildern bestehen, würden sie niemals behaupten, sie seien fest, oder? Mit der Realität verhält es sich genauso, sie ist eine Traumwelt, die wir für wirklich halten. Jede Form ist schwingende Energie, die durch Klang zusammengehalten wird. Die Frequenz entscheidet, wie diese Energie schwingt. Die Wissenschaft der Kymatik, deren Name sich vom griechischen Wort »Welle« ableitet, ist ein schönes Beispiel dafür, was damit gemeint wird. Auf einer Metallplatte werden feinste Partikel gestreut und mittels Klang dazu gebracht, sich zu teils komplexen geometrischen Mustern zu formieren, die so lang bestehen bleiben, wie der Klang anhält. Ändert man die Frequenz des Tons, bildet sich ein anderes Muster, da die Schwingung des Klangs nun eine andere Resonanz erzeugt. Auf diese Weise entstehen Formen in unserer »materiellen« Welt, selbst in der Bibel wird diese Tatsache erwähnt. Die materielle Welt ist ein Superhologramm, das uns eine Traumwelt vermittelt. Das Hologramm wurde Ende der 1940er von Dennis Gabor entdeckt, der für seine Arbeit den Nobelpreis erhielt. Er verwandelte ein dreidimensionales Objekt in ein Frequenzmuster auf einen Fotofilm um, und ließ daraus ein dreidimensionales holographisches Bild entstehen. Ein Hologramm entsteht, wenn man einen Laserstrahl auf ein Stück Fotofilm lenkt. Karl Pribram, Neurophysiologe an der Universität Stanford, ist einer der führenden Verfechter der Auffassung, dass die »materielle Wirklichkeit« holographischer Natur ist. Autor Michael Talbot beschreibt die Sichtweise Pribrams in seinem Buch »Das holographische Universum« sehr anschaulich. Zitat, Karl Pribram »erkannte, dass die objektive Welt nicht existiert, zumindest nicht so, wie wir sie uns gewohnheitsmäßig vorstellen. Dort draußen ist nichts weiter als ein Meer aus Wellen und Frequenzen, und die Wirklichkeit erscheint uns nur deshalb fest, weil unser Gehirn dieses holographische Gewirr in Stock und Stein und andere bekannte Objekte, aus denen unsere Welt besteht, umzuwandeln vermag. Zitat Ende. Die neueste Technik von Hologrammen sind digitale Hologramme. Ein solches entsteht mittels Mathematik und Pixeln am Computer, welches auch holographische Fernsehsendungen und Kinofilme ermöglicht. Hier einige Definitionen des Begriffs »digital« im Wörterbuch. Digital, in numerischer Form ausgedrückt und vor allem zur Anwendung am Computer gedacht, einen Messwert in Ziffern angeben oder verwenden, Darstellung von Daten als eine Abfolge numerischer Werte, als Ziffern dargestellt oder Ziffern enthaltend. Unsere »materielle« Realität verhält sich genauso auf einer Ebene, in Form von Mathematik und Zahlen, die bekanntesten sind die Fibonacci-Zahlenfolge oder der goldene Schnitt. Die Entdeckung der Fibonacci-Zahlenfolge wird dem italienischen Mathematiker Leonardo da Pisa, auch Leonardo Fibonacci genannt, zugeschrieben, der im 12. Jahrhundert lebte. Man addiert jeweils die letzten beiden Zahlen, die die nächste Zahl ergeben. Diese Folge lässt sich überall in der Natur wiederfinden. Der goldene Schnitt »Vieh«, deren Wert 1,618 ergibt, lässt sich genauso in der Natur finden, wie beispielsweise im menschlichen Körper, in den Größenverhältnissen von Händen, Gesicht und Zähnen. Sogar Wolkenbildung und Stürme unterliegen diesem Muster. Ein erstaunliches Merkmal von Hologrammen ist, dass jeder einzelne Teil eine kleinere Version des Ganzen ist. Man kann den Film in immer kleinere Stücke zerschneiden, wenn man den Laser auf sie richtet, wird jedes von ihnen, das komplette ursprüngliche Bild zeigen. Schneidet man ein gewöhnliches Bild in vier Teile, dann zeigt jeder ein Viertel des Gesamtbildes, doch bei einem Hologramm ist das anders. Jeder einzelne Teil eines Hologramms, bringt eine kleinere, aber vollständige Version des Urbildes hervor. Somit ist der menschliche Körper eine kleinere Version der Matrix, und ich denke, man kann sagen, dass die Matrix den Menschen, nach ihrem Ebenbild schuf. Da das Hologramm des menschlichen Körpers ein Gehirn besitzt, das mit allen Teilen des Körpers kommuniziert, und von diesen Informationen erhält, die es umwandelt, bedeutet das, dass auch die Matrix als Ganzes, über ein solches Gehirn verfügen muss. Sie spricht zu ihren Zellen, den Menschen, und andere Lebensformen, und verarbeitet die Informationen, die es von diesen erhält. Jeder einzelne Teil des Körpers ist eine kleine Version des gesamten Körpers. Jede Zelle enthält daher alle notwendigen Informationen, um einen kompletten menschlichen Körper zu erschaffen. Der menschliche Körper und seine Gesundheit, oder Krankheit, erscheinen in einem ganz anderen Licht, wenn man erkennt, dass die Wirklichkeit eine Illusion und alles vermeintlich feste nur ein Hologramm ist. Das erklärt viele der scheinbaren Rätsel, die nicht zuletzt im Bereich der alternativen oder ganzheitlichen Heilmethoden zu beobachten sind. Wie schaffen es Reflexzonenmassage und Akupunktur, über den ganzen Körper verteilte Punkte zu finden, die mit den Organen und Körperfunktionen verbunden sind? Wie kann man dadurch, dass man einen Punkt am Fuß, Hand oder Ohr massiert, oder eine Nadel in ihn sticht, Leber, Magen oder Herz beeinflussen? Wenn man den offiziellen Darstellungen zum menschlichen Körper glaubt, klingt das verrückt. Weiß man jedoch, dass der Körper ein Hologramm ist, ergibt das durchaus Sinn.